Hallo, hier ist Astro Becker. Kann man Kunst? Ja, man kann. Kann man anhand der Tageszeit, an der jemand geboren ist, schon irgendetwas über die Horoskopzeichnung aussagen? Ja, man kann. Weil die Sonne, also der Sonnenstand sich nämlich in der Grafik niederschlägt. Grob gesagt hat man die Linie zwischen Aszendent und Deszendent, die immer waagerecht ist. Das ist der Horizont, sodass wenn die Sonne über dem Horizont steht, dann war es ein Tagesgebot. Und wenn jemand um Mittag geboren ist, dann ist die Sonne wahrscheinlich nahe ganz oben. Und wenn jemand zu Mitternacht geboren wurde, dann ist die Sonne nahe ganz unten. Und eben wenn jemand zu Sonnenuntergang geboren ist, dann wird die Sonne eher auf der rechten Seite der Horoskopgrafik zu sehen sein. Und wenn jemand nahe dem Sonnenaufgang geboren ist, dann wird eher die Sonne auf der linken Seite des Horoskops zu sehen sein. Und das hat natürlich auch alles Bedeutung. Ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Ja, viel Spaß. Vielen Dank.